Du fragst dich, warum sind wir hier? Um zu rebellieren, wenn es nicht mehr Recht zu demonstrieren Müssen wir blockieren, um uns zu artikulieren Uns engagieren, wir wollen friedlich agieren Und wenn wir diesen Kampf verlieren, verlieren wir alle Deshalb darf das nicht passieren Also stehst du hier nur rum? Oder rebellierst du schon? Ob du tanzt, ob du singst, dich auf deine Weise eindringst Weil du kannst ganz bestimmt ein wichtiger Teil des Ganzen sein Misch dich allen, zeig was du kannst Denn du triffst auf Toleranz und Akzeptanz Haufenweise Liebe Wir wollen die Leute befreien von ihrer Ignoranz Und sie aufklären, was eigentlich steckt hinter dem Glanz Es gibt Dinge, die wichtiger sind Also tanz, beschütz den Planeten Ändert das System Denn der Zustand, den wir jetzt haben, kann so nicht bestehen Doch zu viele Menschen sind heute zu bequem Und der Fakt, dass man Geld nicht essen kann Wird noch unser Problem Und in euren Augen sind wir zu radikal Aber wir haben alles getestet Und wir haben keine Wahl Wir wollen aufmerksam machen Auf diesen Skandal, ziviler Ungehorsam Und wir verlieren nicht das Lachen Wir lassen es krachen Wir müden und wir wachen Ihr sollt uns nicht zügeln, sondern achten Seht doch, wie sie die Lügen bewachen Wir sind nicht die, die das Übel hervorbrachen Wir wollen doch auch, dass es endlich jemand sagt Und du kommst nicht zurecht mit den Sachen, die wir machen Dann sorry Uns hat auch keiner gefragt Wir suchen immer jemanden, der diesen Schritt wagt Der nicht davor scheut, wird er angeklagt Und hier sitzen bleibt Trotz, dass ihn die Kälte plagt Oder anfängt zu tanzen, wenn etwas zu sehr an ihm lag Es werden wirklich komische Dinge nachgesagt Es geht um Liebe und Respekt Oder wisst ihr woran das lag? Beschützt den Planeten Ändert das System Denn der Zustand, den wir jetzt haben, kann so nicht bestehen Doch zu viele Menschen sind toll, zu bequem Und der Fakt, dass man Geld nicht essen kann Wird noch unser Problem Schließt nicht die Augen Blickt den Wandel ins Gesicht Ihr müsst euch entscheiden Handeln oder nicht Es liegt wohl auf der Hand, was sinnvoller ist Denn diese Rebellion hält, was sie verspricht Beschützt den Planeten Ändert das System Denn der Zustand, den wir jetzt haben, kann so nicht bestehen Doch zu viele Menschen sind toll, zu bequem Und der Fakt, dass man Geld nicht essen kann Wird noch unser Problem Beschützt den Planeten Ändert das System Denn der Zustand, den wir jetzt haben, kann so nicht bestehen Doch zu viele Menschen sind toll, zu bequem Und der Fakt, dass man Geld nicht essen kann Dann wird noch unser Problem Danke schön Dann könnt ihr uns später nochmal, glaube ich Ja, vielen Dank Hazel Was du zu sagen hattest, haben wir super gut verstanden Die Botschaft war klar Danke Danke.